Hi, ich bin's, der Ivan von Schrag4Students. Heute erkläre ich euch, was die Foyer-Transformation ist und wo sie angewendet wird. Die Foyer-Transformation ist ein wichtiges mathematisches Werkzeug, das hilft komplexe Signale zu verstehen. Egal ob in der Audioverarbeitung, Bildkompression oder sogar in der Wettervorhersage. Die Foyer-Transformation ist überall. Aber was genau ist sie? Naja, stellt euch vor, ihr habt ein kompliziertes Signal, das ihr in einfache Teile zerlegen möchtet. Genau das tut die Foyer-Transformation. Sie zerlegt ein Signal in seine Grundbausteine, Sinus- und Kosinuswellen. Jedes Signal, das wir in der realen Welt sehen oder hören, kann durch eine Summe von Sinus- und Kosinuswellen beschrieben werden. Diese Wellen haben verschiedene Frequenzen und Amplituden. Aber warum ausgerechnet Sinuswellen? Sinus- und Kosinuswellen sind wie Bausteine für alle anderen Signale. Indem man sie kombiniert, kann man jede beliebige Kurve erzeugen, egal wie kompliziert sie aussieht. Die Foyer-Transformation hilft uns, diese einzelnen Bausteine zu finden. Wie genau das funktioniert, sehen wir hier. Eine Kombination aus Sinus- und Kosinuswellen kann mithilfe der sogenannten Euler'schen Formel eine Kreisbewegung darstellen. Die Euler'sche Formel sieht so aus. Sie kombiniert Kosinus und Sinus und gibt ihnen eine komplexe Kreisbewegung, indem sie die komplexe Zahl i hinzufügt. So eine Kreisbewegung hat mehrere Eigenschaften. Zum einen die Amplitude, also den Radius des Kreises, dann die Phase, also den Startpunkt der Kreisbewegung und die Frequenz, also die Geschwindigkeit, mit der der Kreis abgefahren wird. Okay, jetzt haben wir schon einiges klargestellt. Jetzt kommt aber der coole Teil. Wenn wir mehrere solcher Kreisbewegungen addieren, können wir damit jedes beliebige Signal darstellen. Wie das aussehen kann, seht ihr hier. Auf dem rechten Graph wird der Realteil der Kreisbewegung zeitlich ausgefaltet. Die linken Regler bestimmen hierbei die Amplitude der drei verschiedenen Signalanteile. Die rechten Regler bestimmen die Frequenz der Signale. Die ist hier jeweils auf 1 Hertz, 2 Hertz und 3 Hertz angesetzt, um den Einfluss der verschiedenen Frequenzen ausmachen zu können. Wenn wir ein Signal betrachten, schauen wir normalerweise, wie es sich über die Zeit verändert. Das nennt man den Zeitbereich. Aber die Fourier-Transformation zeigt uns, wie viel von jeder Frequenz im Signal enthalten ist. Das nennt man den Frequenzbereich. Zum Beispiel kann ein Signal im Zeitbereich kompliziert aussehen, aber im Frequenzbereich sieht man vielleicht nur ein paar deutliche Peaks, auf die die dominierenden Frequenzen hinweisen. Hier als Beispiel die Funktion Sinus-X plus Sinus-10X. Eine Funktion, die im Zeitbereich sehr kompliziert aussieht. Man sieht die langsame Schwingung der Sinus-X-Funktion und überlagert die schnellere Schwingung der Sinus-10X-Funktion. Im Frequenzbereich sieht das Ganze schon viel einfacher aus. Dort sieht man einfach zwei Peaks für die beiden beitragenden Frequenzen von 1 Hertz und 10 Hertz. So, jetzt kommen wir um eine kurze mathematische Erklärung nicht herum. Die Fourier-Transformation zerlegt ein zeitabhängiges Signal in seine Frequenzkomponenten. Mathematisch wird sie durch das Integral von minusunendlich bis unendlich über f von t mal e hoch minus j Omega t dt beschrieben, wobei f von t das Signal im Zeitbereich ist und Groß-F von Omega das Signal im Frequenzbereich angibt. Ähnlich sieht auch die Formel für die inverse Fourier-Transformation aus, welche aus einem Signal im Frequenzbereich wieder ein Signal im Zeitbereich macht. Weil diese Integrale oft schwer mit Hand zu berechnen sind, gibt es dafür sogenannte Transformationstabellen, mit denen die Fourier-Transformationen von bekannten Funktionen stehen. So, das war's mit dem Video über die Fourier-Transformation. Wenn ihr dabei etwas gelernt habt, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Um etwas mehr über die Regelglieder zu lernen oder falls euch Bipolar-Transistoren interessieren, schaut auch gern unsere Videos dazu an. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis zum nächsten Mal.